Ni hao meine lieben Freunde, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars. Und zwar werde ich heute ein bisschen 3 vs 3 spielen, in verschiedenen Modis und verschiedene Brawler einfach mal. Leute, würde mich sehr freuen, wenn ihr mir jetzt schon einen fetten Daumen nach oben da lasst und wenn ihr mich noch nicht kostenlos abonniert habt, würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr mich kostenlos abonniert und die Glocke aktiviert, um nichts weiteres zu verpassen. Jeden Tag 13 Uhr gibt es ein Brawl Stars Video und jeden Abend gibt es auch ein Stream. Ansonst wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. So, oh, wir haben direkt ein Gang gefunden, nice. Penny, Tara und Rosa. Ich mach mal hier die kleinen Fische kaputt. Oh, nice. Ich hab ein gutes Match-Up, der ging Rosa. Oh, Gott. Es war gut gespielt von der Penny, es war echt gut gespielt. Ich hab jetzt meine Ulti. Nice. Jetzt haben wir mehr mit Control, Leute. Let's go. Ah, nice. Sehr schön. Sie ist tot. Wir haben sehr gut Control in der Mitte. Oh, nice, Leute. Ich hab Triple Shot Tara getroffen. Jetzt auf Nummer safe, ne? Nice, jetzt. GG, Leute. Jetzt GG. Sehr schönes Game. Nice. Wunderbar. Wir haben gut die Seiten gehalten. 2, 3, 2, 1. Erstes Game, Leute, heute. Direkt ein Win. Läuft auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und damit haben wir auch den Startup, den ich haben möchte. So, Leute. Wir werden jetzt meinen Bounty Key kurz holen. Und danach werden wir Brawl Ball spielen. Ich spiele diese Bounty Map zum ersten Mal, um ehrlich zu sein. Also, ich glaub, Bow ist auf jeden Fall gut. Ein Werfer, rosa. Könnte auch gut sein. Oh, das war schlecht. Holy cow, Leute. Diese Map ist richtig gut. So. Shelly ist kein guter Pick, Leute. Shelly ist kein guter Pick. Oh. Haben ihn. Nice. Ich spiele gerade das erste Mal mit dem Team. Wenn mein Team gerade musste aufgehen, deswegen... Ja. So. Beziehungsweise... Den Dynamite kenne ich. Ah. Double Shot. Ah. Nice, Leute. Let's go. Schauen wir mal, ob ich hier einen finde. Oh, der doppelte. Oh, er wird auch in allem hinein. Die den... Oh, ups. Ich bin einmal gestorben und wir... Die haben nur vier Sterne weniger. Heftig. Nice. Ich freue mich schon gleich auf Brawl Ball. Let's go. Puh. Plus 7 schmeckt auf jeden Fall. Ich würde sagen, kleiner Cut. Und dann spielen wir Brawl Ball. So, Leute. Ich habe mir gerade mal überlegt, ich habe sehr oft, beziehungsweise, ich habe Sandy sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. Spiele mal ein paar Runden Sandy im Video. Oh. So, OP. Gar keine Lust auf B. Komm, schieß deinen Schuss. Nice. Nice. Wieder gewastet. Ich weiß nicht, ob der eine NA ist, aber wenn ich so schieße, habe ich so eine Sekunde Verzögerungen. Ist zwar nicht schlimm, aber ein bisschen nervig ist das schon, muss ich euch ehrlich gestehen, Leute. Ich glaube, er ist NA. Sehr schön. 1 zu 0 für uns. Oh. Ich glaube, er ist durch. Du hast gut gespielt von ihm. Es ist echt gut gespielt. Schieß doch. Oh, dieses Delay von mir, ne. Puh. Let's go. Ich habe die jetzt gerade mal gefragt, die sind alle beide EU, also wundert mich sehr, um ehrlich zu sein, aber okay. Guck mal an. Oh, jetzt habe ich keine Delays, komisch. Okay, vielleicht sind die Server nicht richtig stabil gerade. Das ist ein gutes Team, muss ich sagen, Leute. Es ist das erste Mal, dass ich mir den zu 0 wieder zeichne. Bounty war ein bisschen closer, muss ich sagen. Ich habe das erste Mal. Ja, das ist das erste Mal. Jawohl. Ach, Mann, Leute. Let's go. Die Haustiere sind OP, Leute. Hashtag Haustiere in den Kommentaren, Leute. Hashtag Haustiere in den Kommentaren. So, auf geht's zur nächsten Runde. Bonita und der Boxer. Ah. Ich muss jetzt unbedingt meinen Sandsturm haben, dann können wir ein bisschen rauspushen, ne, Leute. Ich habe auf jeden Fall jetzt meine Ulti. Nita hat ein bisschen Probleme, ne. Oh, nice. Sehr schön gespielt. Oh, ich habe gerade fast gedacht, ich hätte gegen die Kiste geschossen, ne. Oh, guck mal, wie die mich fokussen. Schmeißen Minen an. Oh, mein Gott. Oh, nice. Oh, nein, nein, nein. Ich wollte gar nicht schießen. Nein. Oh, ich habe einen Fettfinger. Nice. Warum bin ich meine Olden? Schmeißen Minen an. Schmeißen Minen an. Oh, er schmeißt sein Minen an. Warum auch immer. Lol. Bären braucht ihr nicht sparen, Leute, wenn ihr 1-0 führt, ne. So, ich habe gut Control jetzt wieder. Oh, nein. Oh, oh. Oh, mein Gott. Wir haben... Oh, mein Gott. What the hell ist los? So, damit ist nicht langweilig für euch, Leute. Habe ich mal den Brawler gewechselt. Oh. Bleib stehen. Oh, mein Gott. Ich habe jetzt extra nach vorne geschossen. Vielleicht. Nice. Sehr schön. Ich habe gleich meine Ulti. Und wir haben einen Bali, ne. Das heißt, wir können die Jessie-Kanonen ganz schnell weg machen. Nice. Let's go. Nein, er ist schneller als ich. Pass. Oh, ich glaube, er hat Delays, ne. Ich hätte schon 10 Mal scoren können. Ich glaube, die haben alle Delays. Obwohl die EU sind. Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Habe ich die? Ja. Oh. Okay, ich renne einfach hin und töte die. Ah. Close. Ich verstehe nicht, warum die nicht zu mir passen, ne. Oh, mein Gott. Der hätte sogar scoren können. Lol. Oh. Hä? Hä? Er passt zu mir, wenn ich hauen will. Oh, mein Gott. Schon wieder das beste Team erwischt, Leute. Man kennt's. Ja, ich würde sagen, wir haben gewonnen. So, gucken wir mal, wie diese Runde wird. Crow, Poco und Daryl. Oh, auch ein starke Kombo, Leute. Gerade Poco ist sehr, sehr stark, ne. Mit der ersten Star-Power. Okay. Hä? Hä? Ja, kann mich rennen einfach rein. Auf Disrespekt, ne. Man kennt. Hä? Hä, was ist gerade passiert? Oh, Lul. Da ist er, Leute. What the hell ist los? Schon wieder. Diesmal spielen wir gegen ein Rico, Dynamite und einen anderen Boxer. Möge der Bessere gewinnen. Aber wir haben ein gutes Match-Up gegen die. Ne, wir haben echt ein gutes Match-Up. Normalerweise können die dagegen nichts machen. Sobald ich meinen Jump habe, sind die tot. Wenn ich keine Delays habe im Spiel. So. Oh, Lul. Ich komme da sowieso. Nice, jetzt habe ich meinen Jump. Stopp! Nice, let's go. Hier sind beide tot. Trickshot. Oh! Der Trickshot! Ha. Du. Ich würde sagen, wir spielen auf jeden Fall noch eine Runde. Poco, Tara und Frank. Okay. Also ich glaube, viele spielen hier Tara. Tara ist hier definitiv sehr, sehr stark, Leute. Frank ist okay. Frank ist okay. Ich habe jetzt meine Ulti, ne. Das ist mehr worth zu traden. Weil meine Ulti ist besser wie von Frank. Beziehungsweise ich kann die halt immer counteren, ne. Wenn er sie benutzt, kann ich, kann ich meine, seine canceln. So, zum Beispiel. Nice. Ich kann scoren. Ach, nein, so close. Er hat die Damage Star Power. Oh, Lul. Ich sehe gerade Epic Skill. Er hat subscribed. Du bist jetzt live bei mir im Video dabei. Lul. Grüße gehen raus an dich. So. Es ist 50-50, Leute. Entweder hätte ich links geschossen oder rechts. Es war 50-50. Oh, nein, 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 nein. Okay, ich habe meinen Jump. Worth. Definitiv worth. Ich muss aber echt sagen, Leute, guckt mal, ich zeige euch das mal. Ich schlag, zwei Sekunden später kommt mein Schlag raus. Ich verstehe das nicht, warum. Obwohl beide EU sind, beziehungsweise alle 30 EU. Oh, Lul. Dieser Schuss. Nice. Nice. Sehr schön. Es war doch ein guter Jump von mir. Ich habe beide umge... Beide gekillt. Oh. Nein. Oh. Aber okay. Auch wenn ich geschossen hätte, wäre der nicht drin, Leute. Der wäre genau in der Linie, ne. Das hätte nicht funktioniert. Deswegen... Ich hätte zwei Schritte noch nach vorne machen müssen, um zu scoren. Sehr schön. Na gut, Leute, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal mit dem Video. Wenn ihr mehr Brawl Ball sehen wollt, Leute, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr alle jetzt gerne einen fetten Daumen nach oben da lasst. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich auch wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich jetzt kostenlos abonniert und die kleine Glocke aktiviert, um nichts weiteres zu verpassen. Es gibt jeden Tag um 13 Uhr ein Brawl Stars Video und jeden Abend gibt es auch einen Stream. Ciao. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.